So, okay. Erstmal Vorräte aufmachen. So, ein paar Gummibärchen. Okay. Ich muss ein bisschen die Ohren im Auge behalten. Guck mal, Energy ist gleich alle. So. Legen wir los. Auf geht's. Ein Auftrag ist, denke ich, noch ordentlich drin, bevor wir hier Borderlands dann anfangen. Ja, denn wie lange es dauert. Oh. Der Typ wieder. Sie dürfen auf dem Schlachtfeld unter uns keine falsche Entscheidung treffen. Mein Verstand und mein Ziel sind klar. Mögen die Leitsätze unseres geschätzten Primarchen sie leiten. Ich werde sie ganz genau beobachten. Okay, er scheint was ausgefressen zu haben. Und der Titus scheint auch was richtiges ausgefressen zu haben, wenn er von den Priestern so beobachtet wird. Das heißt, er fordert die Zusammenarbeit von zwei Trupps. Ein Kampftrupp aus Space Marines wird die Gegend für Titus ablenken. Die Geschichte dieses Trupps kannst du in der Mission Inferno im Spielmodus Einsätze erleben. Ah, das kann man dann separat mal für sich spielen. Ah, okay, okay. Cool. Das ist aber auch nice gemacht. Das ist nice gemacht so. Let's go. Das Design dieser Shuttles wirkt auch ein bisschen chaotisch, oder? Wenn ich an andere Shuttle-Designs denke, so Halo und so. Das wirkt so smooth. Das hier wirkt irgendwie so ein bisschen chaotisch. Adeptus Mechanicus, Birknusics, Forschungsdaten. Das kriegt man hin. Irgendwie kriegt man das hin. Laden der Spiellogik. Junge, du siehst auch nicht mehr gesund aus. Ach, die ist auch hier. Wir werden gleich überrannt. Mein Ort ist euer, stören Sie mich nicht. Major. Ah, Karachi, mir endlich was ich haben wollte. Erz Magos, Sie müssen diesen Ort augenblicklich verlassen. Verweigert. Ich gehe nicht ohne die Dach. Gehen Sie zu meiner Anlage. Ich melde mich per Box. Macht euch bereit. Das wird nicht lange dauern. Major. Na, toll. Vielleicht das, was den anderen umgebracht hat, aus dem anderen Trupp. Vielleicht irgend sowas? Irgendwas Neues? Identifiziere. Dein Labor befindet sich auf der anderen Seite des Schubfers. Wiederhole. Zeitverfurt auf Entscheiden. Wir melden uns, wenn wir mehr wissen. Erledigt das, Linsame. Der Gestank dieses Planeten geht nie aus unserer Rüstung heraus. Zu deiner normalen Aura ist das eine Verbesserung, Bruder. Wie weit schmeiß ich? Ah, das war gut. Okay. Oh, die Musik ist auch nice. Sie leben gut in der Zeit. Die werden wir auch brauchen. Was ist hier hinten? Kampfmesser. Nee, danke. So, Summe kaputtgekloppt. Sesam, öffne dich. Irgendwas Unsichtbares. Unsichtbares nicht gut. Das ist wahrscheinlich das, was... Oh, shit. Wo ist der andere? Apothekarius. Es ist so cool. Boah, die Musik hat auch schon was, ne? Okay. Okay. ok da kommt wieder so ein großes Vieh oh shit ich wollte es gerade executen das war nichts ich wollte ich habe daraus ich bin da ausgeglichen eh eh ach scheiße naja, hätte ich ausweichen müssen jetzt, nein weg weg gib mein Leben wieder oh scheiße, ich kriege nicht so viel wieder naja, gut oh fuck blocken, jo bam und bitteschön schmeckt eine eigene Klaue bam einmal Speer durchgesiegt ok, let's go ich hätte gerne wieder volles Leben das wäre mir lieb warte mal ich habe doch ein Medipack aufgenommen wie benutze ich das? ähm wie benutze ich das Medipack? ähm Finisher nee, nee, nee Ziel erfassen nachladen dergehen oh so gleich mal hier weg damit oh, weg mit dem Dreck easy Intergehen E hier F ah, ok ah, ich hatte doch eins ich dachte es doch ich diene bis zum Tod Rettungsreliquie ok Captain's Red ok, brauchen wir nicht und bam einmal durch davon ist schon die nächste Party tot oh fuck Ah, das hat wehgetan. And again. Da kommen die nächsten. Junge, du nervst. Oh, fuck. Das habe ich jetzt wahrscheinlich gecheckt. Meine Execution? Gar nicht übertrieben. Null übertrieben. Wohin schießt ihr schon wieder? Hä, wo schießt den? Ach, da. Da finde ich den doch auch. Okay. Nehme Ausrüstung. War ich hier schon? Ne, ne? Ne. Okay. Uh, hier gibt's Stuff. Money, paar Granaten. Let's go. Wo muss ich überhaupt hin? Okay. Bin richtig. Jetzt kommt, glaube ich, um dieses unsichtbare Mistvieh, oder? Da. Down? Down. Au. Und wo? Und wo? Da unten. Ah. Bin ich froh, dass ich ausgewichen bin. Ungeziefer verpflichtet. Down. Noch mehr hier oben? Nein. Nein. Doch. Das war ein geiler Finisher. Einfach am Kopfpacken, einfach durch die Gegend klatschen. Also, wer ist nichts? Kein. Hey, finde ich den doch. Oh. Oh, okay. Da unten hin. Oh, Medic Stamps. Sehe ich, wo viel... Ah, hier unten sehe ich's. Unten rechts. Ah, okay, okay. Ah, dann. Let's go. Hier schießt mit dieser Grütze auf mich. Das muss bestraft werden. Ja, danke, danke PC, dass du mir grad sagst, dass keine Viren da sind. Das ist super. Das ist immer sehr gut. Da freut man sich. Auf durch den Bunker. Let's go. Was soll schon passieren? In den Untergrund. Mokefa ist richtig lieben. Da wollen wir hin. Das ist ne gute Idee. Würde ich auch machen. Nein. Direkt hier. Ah, da sind sie doch. Oh, shit. Nicht das Ding schon wieder. Weg. Oh, shit. Nicht das Ding schon wieder. Weg. Weg. A belum. So geil. Jedes Mal wieder so geil. Oh, Muni. Find ich den doch. Was ist denn mit den? Schön, dass die die einfach so da lassen und dann nicht wegmachen. Oh nein, ich noch so ein Vieh. Oh fuck, aua. Ne, 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 ne. Kapiss dich. Ähm. Ah, scheiße. Falsche Taste. Au. Shit. Jungs. Könnt ihr... Ich will nicht hetzen. Aber danke. Das ist sehr gut. Sehr nett, sehr nett. Danke. Danke, danke. Vielmals. Ne, das funktioniert nicht. Keine Chance. Alter. Keine Chance. Wax. Netter Versuch. Funktioniert nicht. Danke für den Witz. Ah, scheiße. Hände an mir. Warte. Oh fuck. Ich wollte ausweichen. Ich schwöre, ich wollte ausweichen. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht ausweichen. Wo sind meine Freunde eigentlich? Freunde. Können wir bitte mal jetzt finishen. Das wäre super. Ja, ja, ja. Danke, Execute. Bex, hi. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Bam. Execute ihn doch. Danke. Bam. Den Kardianern gebührt Ehemel. Ein stolzer Tod. Kommt. Unsere Pflicht ist noch nicht... Wie viele von diesen... Executen... Ich will... Wie best. Und Kopf ab. Ach, so toll. So toll. Können wir mal ein bisschen... Können wir mal ein bisschen Muni mitnehmen? Uh, ja. Muni... Okay, bin voll. Schade. Das hat mich schon gefreut, ey. Nice da. Let's go. Ah, eine Stunde geht's los. Ich will da was rausnehmen, ne? Kann man da hochlatschen? Ja, kann man. Zwei Medic Stimps. Strip eins nehm ich einfach mal. Safety first. Eins nehm ich mal. Nur ein bisschen zu warm. Ja, das fühl ich. Zu warm fühl ich. Er ist hier. Ja, dieses unsichtbare Mistvieh ist hier. Da vorne. Etwas stimmt nicht. Bleibt wachsam. Wir sind da. Waffen bereit halten. Euer Tod ist nah, Ungeziefer. Muni bin ich voll. So, jetzt kommt dieses blöde Mistvieh und das wird jetzt richtig widerlich. Befürchte ich mal. Da ist es. Der eine Typ geht alleine weg. Hm, hast einen Fehler. Wenn das nur eins ist, okay. Wenn es mehrere sind, haben wir ohne Probleme. Holy fuck, ist das schnell. Das ist doch nicht nur eins. Das sind doch mehr, oder? Oh fuck. Ich guck, wo die NPCs hin zielen. Kann ich das öffnen? Au, ja. Oh fuck, ich wollte es blocken. Nein, ich wollte es blocken. Ich wollte es blocken. Ich wollte es blocken. Ich habe es nicht gebrockt. Bex, danke für den Resub. Dankeschön. Oh, die haben Ads da. Er hat Ads dazu geholt. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat massig Ads dazu geholt. Na klar hat er das. Wo ist der? Wo ist der? Liktor, wo ist das Mistvieh? Oh fuck. Ich bin zur Seite gesprungen, ich schwöre. Ich bin zur Seite, ich bin zur Seite. Alter. Alter. Ich bin... Das reagiert manchmal nicht. Das fuckt mich ab. Ich bin... Junge, du Blödes. Wo ist das denn? Stabilisiere, wie soll der denn? Ich schiebe mich gleich. Ich schiebe mich gleich. Ich schiebe mich gleich. Wo ist es? Ha. Das ist Mistvieh. Ja. Kacke. Komm jetzt. Ich wollte drauf schießen. Ich konnte nicht. Jetzt kommen wir hier gegen einen kleinen Scheiß hier. Wo ist es? Na, Granaten bringen nix. Ich weiß nicht, wo es ist. Wo? Wo ist es, Mistvieh? Da. Ha. Ach shit, ich hätte dich blocken können. Ja. Jetzt geht weg. Danke. Gran. Weg, 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 weg. Ich muss weg. Ja. Ich... Ich komm nicht weg von ihm. Oh. Die haben noch andere dazu geholt. Shit. Das ist nicht gut. Ja, das Ding geht nur auf mich. Die ganze Zeit. Bam. Nein, geh weg. Boah. Geh weg. Alter. Ja, das hätte ich machen können. Bam. Ich dachte, du blödes Mistvieh. Entschuldigung. Ah, Vorsicht. Kumpel. Er ballert dich weg. Er geht aber nicht auf mich. Das ist geil. Ja, ja. Wo ist er? Ah, du kleiner Sack, du. Ich wusste es. Ja, wenn er das macht, kann ich das... Ich komm nicht weg. Ich häng fest. Er blockt mich. Geh weg. Ach, shit. Lass mich dich finischen. Bam. Schönes Ding. Lecker, mir war das wie eklig. Kann ich bitte mir einen Kanal nehmen? Ja. Der war wieder nicht. Ja. Oh, hier ist noch eine Muni-Kaste da. Oh, Stims. Hau ich mir gleich mal rein. Okay, der ist dort. Sehr schön. Darauf ein Muni-Bärchen. Toll. Jetzt krieg ich Muni. Der Lektor ist ein mächtiger Gegner. Eine Herausforderung. Ohne den Leutnant würden wir das Schicksal von Kordanus und Septimus teilen. Vielleicht war es mehr als einer? Nein. Lektoren jagen allein. Sicher? Euch ändert sich ja irgendwas? Vielleicht gibt es ja... Sachen, die sich verändert haben. Cool ist bold. Damit erledige ich sie. Neh, nehm ich mal mit. Gefällt mir. Könnte nice sein. Na, bestimmt. Wir sind da. Ach, endlich. Geh in den unteren Bereich. Wenn der Aufzug funktioniert, dann direkt weiter. Was blockt uns denn hier so? Ja, merk schon. Richtig behindert. Äh, ich seh nix. Komm, ich geh rein. Stirb bitte, danke. Oben war nichts mehr. Sehr schön. Okay, wir sind drin. Der Eingang ist außer Betrieb. Er hat's aufgemacht. Äh, ich seh nix. Äh, scheiße. Findet den Transmitter. Okay. Schön düster wieder. Nice. Nice, nice. Okay, die hocken schon drin. Versammelt euch beim Aufzug. Verifiziere Signature aufzug 1, 1, 9, Hesek. Noch enttäuschend langsam für einen Astatis. Sparen Sie mir die Beleidigung, Magus. Kommt doch selber her. Ich habe mich schon mit Orks besser unterhalten. Tja. Lieber so ein Ork-Gespräch, wa? Ist ein bisschen angenehmer. Frage für die, die es wissen. Sind in dem Universum alle Parteien, alle anderen außer die Menschen feindlich mit den Menschen? Oder gibt's auch zum Beispiel die Orks, mit denen man reden kann? Oder ist das alles quasi nur Konflikt? Falls das jemand weiß. Das würde mich irgendwie ein bisschen interessieren. Wäre schon irgendwie cool, wenn's vielleicht auch so ein bisschen Redemöglichkeit gibt. Aber ich bezweifle es irgendwie in dem Universum. Wir haben Nosics Anlage erreicht. Wie tief geht das hier runter, bitte? Lass uns so lange wie möglich ab. 20 Minuten später? Ich habe die Silosop bis zum letzten Bekämpfen. Ich nehme euch beim Wort. Sind die gerade 20 Minuten lang nach unten gefahren? Ach du Scheiße. Was? Oh. Oh, Pyroblaster. Hallo, Pyroblaster. Verstanden. Ortwoll für den Hermitikarius matiert. Unser Bruder ist nicht umsonst gestorben. Die Absorber. Sie kommen. Keine Nahkampfwaffen. Breitet sie mit dem Pyroblaster auf, damit sie sie töten können. Okay. Kleines Geschmeiß. Granaten. Eine Granate geht noch. Aufgefüllt. Nehme ich schon mit. Ein bisschen da lang, ne? Ja. Dann können wir hier noch ein Medik-Ding mitnehmen. Da habe ich zwei. Sehr schön. Für Notfälle. Notfälle immer praktisch. Okay, anderes geht. Ich brauche nicht. Sehr schön. Dann let's go. Kann ich so eine Granate schmeißen? Geht das? Ja, geht so ein bisschen. Oh Gott. Okay, wir müssen direkt runter, oder was? Na, mal Zeit. Oh, ich muss noch. Oh, oh. Hier ist ein Problem. Ich kann nicht. Ihr müsst schießen. Oder auch nicht. Hier, ich darf das nicht überhitzen lassen. Energie ausschreiten. Energie ausschreiten. Aus ganz zufrieden aktiv. Die Lösung. Energie wiederherstellen. Wir hätten nicht. Na, super. Wir brauchen Anweisungen. Energie-Systemsfeuerung am aktuellen Standort. Wir hätten noch. Okay, da rüber. Sie formieren sich neu. Nachlagen. Hochfallsequenz eingeleitet. Heilige Leitungen fließen. Köttliche Matrizen fehlerhaft. Exorziierung läuft. Aufgefüllt. Die rennen aber auch schon wieder weg, ne? Oh, fuck. Habt ein Problem. Das ist nicht gut. Leute, kommt mit. Schnell, schnell. Boah. Dieses Ungeziefer stellt sich uns in den Weg. Wir werden Ihren Übermut bestrafen. Die Absorber. Sie ziehen sich zurück. Der synoptische Schock hat sie verwirrt. Bereich gesichert. Weiter. Okay, der rennt weg. Werfefragmentgranate. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Oh. Okay. Muss ich hier lang? Ne, ich muss da hinten lang. Okay, dann guck ich erstmal. Oh ja, noch ein Midi-Pack. Ich kann keins mehr benutzen. Wie viel Leben hab ich denn da? Besser. Hm. Okay. Übervoll. Egal, nehm ich noch was mit. Eine Pistole. Diese Monster scheinen mit etwas beschäftigt zu sein. Sie sammeln Biomasse. Menschen. Sie lösen sie auf, um sie später zu holen. Über Zuführschläuche, die aus dem Orbit-Kerb abgelassen werden. Einfach widerlich. Was? Wirklich? Holy shit. Okay, das ist ja übel. Die sammeln Biomasse. Und dann kommen große Schiffe und lassen Schläuche runter aus dem Orbit. Um dann die zerlassenen Menschen quasi, oder die, halt einfach nur die Biomasse der Menschen aufzusaugen. Okay, das ist hart. Das ist irgendwie cool und eklig gleichzeitig. Damisch, ey. Oh, hier sind noch welche. Oh nein, hier sind wieder diese mit den blöden kleinen Waffen, ey. Stirb bitte einfach, danke. Ah, shit. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Da sind die Execute. Ach, shit. Ich wollte gerade wieder Leben regenerieren, an der Worteweise. Die Balken auch schon weg. Warte, ich will noch kurz gucken, was hier hinten... Ah, okay, da muss ich sogar lang. Was ist denn das jetzt? Ach, du Scheiße. Was ist hier? Okay, Moni. Hm. Keine Art nehme ich mit. So, hier hoch. Nee, hier lang. Okay. Bist du blöden Mistdinger weg? Okay. Okay. Oh, die müssen unbedingt weg, die kleinen Dinger. Guck mal, noch mehr? Nee. Gut. Ist hier oben noch was? Ja. Noch mehr Deck, aber ich hab voll... Ah, warte mal, ich kann eins nehmen. Ich kann eins nehmen. Perfekt. Okay, dann ballern wir uns jetzt hier durch. Mal gucken, was hinter der Tür ist. Noch mehr Spaß. Na? Wo sind... Wo ist der Spaß? Bisschen enttäuschend. Rechte ruhig hinter der Tür. Okay. Es war... Doch kein Spaß. Hinter der Tür ist es aber schon wieder Spaß. Oh, nicht das viel Zeug. Die sind wirklich... Was sind das? Das sind keine Ratten, ne? Also irgendwas von denen. Das ist irgendwas von denen. Irgendwas Ranzsiches. Äh. Ne, dann. Ah, äh. Scheiße. Bleibt auf Distanz. Oh, alter, diese kleinen... Oh, alter, diese kleinen... Bah. Ah, scheiße. Ja, wir müssen hier vor. So, jetzt reicht's. Oh, wie viele von diesem kleinen Scheiß. Oh, die sind abgehauen. Oh, Gott sei Dank. Boah, also der kleinen Scheiß ist echt widerlich. Der Schwarm wurde vernichtet. Hervorragende Arbeit. Zeit zu gehen. Klingt sehr gut. Irgendwie bezweifle ich das aber. Ah, ja, 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 ja. Oh, der hat's einen weggeballert. Okay, down. Ist nicht hier rum. Pistole. Okay, nix weiter. Na, dann versuchen wir den kleinen Sniper da oben. Okay. Oh, Rettungspack. Rettungsreliquie. Ah, da hab ich eine. Okay. Brauch ich nicht noch eine. Schade, dass man nicht mehrere mitnehmen kann. Ist ja vielleicht dann zu einfach. Munition gesichert. Was ist das hier? Das ist nochmal so was. Da bin ich voll. Hm, okay. Da ist nix mehr. Schade. Nächstes Tor. Das ist der Typ gerade. Das war der andere Trupp wahrscheinlich. Mit dem Feuer, ne. Die die hier in Schwarm aufhalten wollten. Uh, mit Sprungmodul. Der Tag ist noch nicht vorüber, Bruder. Können wir uns da was mitnehmen von? Sprungmodule klingen sehr nice. Also, da hätte ich nix gegen. Ja, hier sowas zum Beispiel. Das, was der hier. Alter. Das sieht halt mehr nach Strafe aus, als nach allem anderen eigentlich. Ist auch mal das freiwillig macht, sowas. Oh Gott, hier wird's jetzt. Boah, das sieht schon geil los. Das sieht schon sehr geil aus. Negativ. Aber bleiben Sie währenddessen in der Nähe des Terminals. Begrenzter Verbindungsradius. Nachschub. So. Erzmargos, legen Sie los. Willst du das, Herr Bindu? Übernieden, komm. Ja. Ich muss kurz regenerieren. Ja. Ja. Wow. Okay. Oh, fuck. Ja, ja. Bin schon wieder drinne. Sorry. Boah, Alter, wie viele hier ist. Ey. Da sind meine zwei Kumpel eigentlich da hinten. Ist mir schon warm. Wo müssen wir hin? Ich würde gerne wieder irgendwie hoch. Irgendwo hoch. Jungs, ihr kommt mit, oder? Aufgefüllt. Alter. Jungs, kommt ihr bitte. Ich kann nicht anhalten. Boah, in welches Spiel erinnert mich das? Ja, dieses Spiel mit den Ratten. Okay, wie hieß denn das nochmal? Ah. Jungs, ihr schafft das schon, ja? Ah, ihr seid hier. Gut. Sehr schön. Und nur einer ist hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Ist ja ganz easy hier, ey. Das heißt nicht bewegen. Oh, fuck. Er ist echt wie dieses Spiel mit dem Ratten, ey. Oh, Granaten. Ausrüstung gefunden. Sprenggranate geworfen. Erwischt. Oh, fuck. Die Arten könnten auch gerne noch so einen Flammenwerfer dabei haben. Ey, das wäre schon nice. Ja, da kommen die Flugdinger wieder. Das ist halt beschissen. So, wohin? Ich würde gerne hier raus. Please. Wo muss ich lang? Oh, Alter. Oh, scheiße. Darf ich da erst mal gucken, wo ich hin muss? Boah, es ist der alle, ne? Oh, jetzt. Aktiviere Kontrollraumkonsole, um Überträgen umzuschreiben. Ach, jetzt ist durch, oder wat? Ne, halt. Halt, halt. Bist du tot? Oh, du bist tot. Oh. Boah, war das widerlich. Boah, war das widerlich. Hm, Granaten haben die hier nicht, oder? Lade ich hier auch meine Granaten auf? Nein, tu ich nicht. Shit. Shit. Okay, die Generatoren laufen. Oh, Granaten. Nehme Ausrüstung. Da hinten muss ich hin, okay. Hatta, batta, pa. Okay, einmal hier durch. Da muss ich hoch, da muss ich hoch. Oh, ich befürchte, wird gleich die übelste Horde ankommen. Nochmal. Die anderen hätten sich da ruhig auch noch eine Flammenwerfer irgendwo snacken können, ey. Das sieht schon geil aus. Das ist die Frage. Ja, ja. Ich würde es gerne wissen. Das sieht schon krass aus. Es ist diese abstoßende fleisches Stimme nicht mehr zu. Gehen wir. Der Aufzug führt zum Dach. Äh, geht noch nicht auf. Jetzt geht auf. Alle rein, alle rein, alle rein. Boah, ist der Typ nervig, ey. Also seine Anlage ist mega cool. Alter, der Typ ist hart nervig. Dauert es wieder 20 Minuten, bis wir oben sind? Wahrscheinlich. Und er ist weg. Oh, da kommen so richtig fette Viecher mit. Wir kommen jetzt zu Ihnen. Oh. Scheiße. Dark. Hi. Hi, hi. Major, wissen Sie, was passiert ist? Ey, er hat es erwischt. Nein. Tut mir leid, Leutnant. Jetzt geht es. Das ist mitten im Gebiet des Schwarms. Das ist schlecht. Schnell. Unten gab es eine Rüstkammer. Sprung, Lube. Sir. Die Soldaten. Nein, du Respekt, mein Lord. Wir sind Kardianer. Wir kommen zurecht. Ich würde trotzdem den Soldaten helfen, weil das war ein Wichser. Die Soldaten können nichts dafür. Ich würde den Soldaten helfen. Ich darf mich natürlich nicht entscheiden. Und dann reiche ich auf. Uh. Hm. Okay. Aufstieg. Halte Kuh, um hoch in die Luft zu springen. Drücke. In der Luft. Halte in der Luft, um einen mächtigen Bodenhieb aufzuladen. Uh. Drücke, während eines Sprungs in den Momenten der Luft zu schweben. Oh, das ist auch geil. Oh, das ist geil. Woo. Bam. Bam. Das ist ein bisschen geil. Sprungmodule sind schon so ein bisschen nice. Das ist nicht richtig, ne? Nein. Ja, ich muss da hoch. Shit. Voll im Wohrhemmerfieber, wie ich sehe. Es geht. Im Fieber nicht, aber ist schon geil, ne? Ist schon geil. Da oben ist irgendwas. Komm ich da hoch? Wechsle Standort. Ähm. Nope. Ah, hier. Ah, okay. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Yep, yep, yep. Aktiviere Düsen. Ähm. Nö, das war's nicht. Moment. Again. Jetzt muss ich noch probieren. Entschuldigung, Jungs. Ich muss das... Das ist nicht so... Die Steuerung ist ein bisschen... Ist ein bisschen frickelig. Was stand da? Okay. Auch gar nicht drücken. Ist auch eine Option. Jetzt mal denke ich... Oh so, was... Warum? Warum? Was los? Jetzt ging das nach... Ach, scheiße, weil ich Dings gedrückt habe. Ja. Okay. Sorry. Mein Fehler. Wir machen... Wir schaffen das gleich, Leute. So. So. Ah. Aber... Müsste ich dann zweimal quasi betätigen. Okay. Oh Gott. Okay, okay, okay. Jungs, Sekunde. Ja, ich brauche kurz... Oh Gott. Jetzt. Ich könnte das da drüben jetzt noch probieren, aber ich glaube, ich lasse es. Die zwei... Die zwei kriegen sonst Krise mit mir. So. Mach mal so. Das wäre nicht so gut. Oh. Ah. So, gar... Haben die zwei jetzt die Probleme und nicht ich? Oh, nee. Hä? Wie? Wie? Genos Ungeziefer. Macht euch die Sprungmodule zunutze. Seid schnell wie der Blitz und übermannst. Oh, das zieht ganz schön hoch. Du, wei, wei, wei. Du, hör auf mit der Grütze zu ballern. Und du denk nicht mal dran, mit der Grütze zu ballern. Und du stirb einfach, bitte. Sprungmodul aktiv. Okay, die sind da oben. Wechsle Standort. Bam. Das ist das auch geil, dass du so ein bisschen hovern kannst in der Luft, ey. Mega nice. Ah. Eat. Wartet, Jungs. Lass sie doch erst mal explodieren. So, dann haben wir den Nervsack schon mal weg. Ihr könnt unten bleiben. Ich, ich komme sofort. Bam. Ah, die Blockung. Ah. Und ciao, Junge. Eingeweide raus. Oh nein. Jao. Ich wusste das. Diese scheiß Sniper-Idioten. Ne, ne, ne. Stehen. Bist du auch noch ein Sniper? Ich baue mich einfach weg. Ah. Sniper down. Ich habe Bock auf Sniper-Elite, ne. Jetzt, weiter, wir stehen, du. Jetzt reicht's. Und ihr könnt mal aufhören, mit der Grütze zu ballern, bitte. Das ist ja toll. Oh, du bist schon tot. Und die hovern darüber, okay. Ich habe keine Granaten mehr. Nein. Oh, ich habe keine Granaten mehr gehabt. Nö. Erwischt. Munition gesichert. Von wo denn? Ach, da drüben. Oh nein, nicht die Grütze. Nicht diese Grütze. Kann ich hier irgendwo rein? Kurz so ein bisschen. Hm, nicht wirklich. Ich sehe nichts. Das muss aufhören. Dringend. Ach, es dauert noch. Oh, hier ist Muni. Oh ja, Granaten. Was ist das hier oben? Ach, kann ich nicht benutzen. Nein, ist schon wieder. Geh weg. Geh weg. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ah, natürlich müssen wir da rüber. Das war ja klar. Jungs, das kann gar nicht lange dauern. Macht euch keinen Kopf. Das kann ein bisschen dauern. Na, warte mal. Bam. Hat geklappt. Okay, sie haben es auch hinkriegt. Cool. Ich hätte gedacht, ich brauche wieder ein paar Anläufe, aber es hat funktioniert. Langsam komme ich dahinter, wie man das Ding benutzt. Das haben wir schon 44. Shit. Ich weiß nicht, wann speichert denn das? Das ist das Monster. Das ist eine komplette Biomasse. Widerlich. Die Absturzstelle befindet sich jenseits dieser Biomasse. Biomasse. Das Biomasse, wenn du weißt, dass es Menschen sind, ist halt schon echt hart widerlich. Das hat sie klug nur an den Schwachstellen. Kleines, blödes. Können wir das bitte finishen? Ja. Bitte stirb, bitte stirb. Danke. Ja. Natürlich gibt es davon noch einen. Oh, nö. Was machst du hier? Geh weg. Du hast eine fette Waffe, ja. Na klar, hast du eine Waffe. Kann ich auch, Junge. Kann ich auch. So. Das war mir jetzt ein Bedürfnis. Ja, das Ding ist halt. Mann. Bitte. Ja, ich geh jetzt da runter. Standort wechseln. Xenus beschützen ihren Schwach. Nicht einhalten. Wir müssen unbedingt zur Absturzstelle. Scheiße. Nein. Das lässt du bleiben. Von wo ballerst du denn? Lass uns diese verdammte Mauer einreifen. Okay. Okay, down. Gibt es hier Muni? Ja. Okay, da gibt es nichts. Granaten kriege ich aber keiner. Shit. Wir vergeuden unsere Zeit. Bringt die Ladungen in Position. Bin dabei. Au. Fuck. Oh, bitte. Deck mich. Oh, oh. Nicht da runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Würde ich da drauf schießen? Nee, ne? Nee. Ich muss noch mehr Ladungen anbringen. Okay. Okay. Oh, nein. Hoch. Okay. Nächste Bombe. Oh, die anderen. Die anderen kriegen halt auch übeles Damage die ganze Zeit. Halt. Okay. Wo ist die andere Bombe? Da. Setze Fragmentgranate ein. Von da drüben, ey. Lade Waffe nach. Wechsle Standort. Nein. Boah. Wissen Sie mich jetzt verarschen? Jetzt komme ich da safe nicht mehr hoch, oder? Doch, komme ich. Oh, shit. Bam. Jetzt. Gib mir die Chance. Danke. Ich muss diese scheiß Bombe anbringen. Bombe. Lauf, 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 lauf. Oh, nein. Ha, geht nicht. Wo ist das andere? Da unten. Stirb, Junge. Stirb, stirb, stirb. Nein, du schmuckst diese Grütze nicht auf mich. Okay. Schnell. Ich versuche gerade die Uhrzeit im Auge zu behalten. Nein, verpiss dich. Geh weg. Ladung ist scharf. Ladung in den Position. Sprengbereich räumen. Okay, okay. Los. Macht's Boom? Lass Boom machen. Komm schon. Uh, schönes Ding. Ach, Biomasse. Alles Menschen. Ach, scheiße. Okay, wo ist der scheiß Erz, Markus? Ist der ja tot? Hoppala. Wahrscheinlich ist er nicht tot. Der hat das überlebt. Oh, er ist noch tot. Ah, ich hab's nicht gerechnet. Ja. Das tut weh. Hoppala. Tja. Such das Gebiet ab. Nimm mal Karma. Oh. Da ist irgendwas. Was? Wer hat denn diese Bemalungen gemacht? Das sind doch nicht die Dings gewesen, oder? Ich höre auch irgendwas. Irgendwas ist da drin. Was ist denn jetzt los? Die Tust macht keinen Scheiß. Ruder. Es ist nichts. Nur die Rubicon-Operation. Wann. Vor zwei Tagen. Ist das, ist das, äh, so, so, so schlecht? Rubicon-Operation ist nicht so gut? Also das ist ne große, ist es mir klar, aber was, was wurde da gemacht? Sucht schon! Na los! Wen suchst du? Der Typ hängt da auf dem Pfahl. Wir sollten gehen. Ich sagte, mir geht's gut. Nozik ist tot. Ja. Die Mission ist vorbei. Der Schuldige ist längst verschwunden. Hm, glaub ich irgendwie nicht. Diese ganzen Bezeichnungen auf dem Schiff. So random. Überall Augen. Mein Gott, Sie können nicht mit laut dem Befehle. Scheiß auf Befehle. Okay, sie faggen ihn ab. Irgendwas haut da hier gar nicht hin. Was haben die jetzt hier gesucht? Was ist das? Ist das die Daten? Oh, Tito sieht gar nicht gut aus. Oh, Tito sieht gar nicht, gar nicht gut aus. Aber jetzt kommen wir zurück. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Wo es bestimmt auch speichert. Hoffe ich. Dann kann ich nämlich auf Borderlands gleich switchen. Sauberbeitritt. Guck, ob es jetzt hinhaut. Ist hier noch ein Schluck drin? Hm. Es ist Salam. Nie. Mal so einen Schluck trinken. Boah. Witterlich. Entdecke die Anwesenheit des Chaos auf Kadaku. Was ist das Chaos? Wo hat Demetrian Titus dann vorher gedient? Und warum steht er so kurz nach einer Operation schon wieder auf dem Schlachtfeld? Sergeant Venti hat erwähnt, ein Deathwatch-Team, das die Virusbombe auf Kadaku gezündet hat. Vielleicht war unser Leutnant bei Ihnen. Ja. Was wir gerade an dieser Absturzstelle gesehen haben, macht mir weitaus größere Sorgen. Checkpoint-Land. Okay, es sind Checkpoints. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt hier ein Checkpoint gewesen, nehme ich mal an. Da würde ich sagen, können wir das erstmal verlassen. Denke ich. Okay.